Hacker sind ständig aktiv. Sie entwickeln neue Malware und maßgeschneiderte Angriffe. Selbst die besten Sicherheitslösungen können nicht jeden Angriff auf macOS verhindern, insbesondere wenn dieser Angriff Malware verwendet, die speziell für das Eindringen in Ihre Geräte entwickelt wurde. Jamf Protect ist darauf ausgerichtet, das Verhalten von Prozessen und Benutzern auf Macs zu überwachen und Eingriffe zu identifizieren, die ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wenn ein Benutzer beispielsweise unüberlegt diesen sogenannten Flash-Updater herunterlädt, der erschien, nachdem ein Link aus einer zufälligen Websuche angeklickt wurde, erkennt Jamf, dass es sich nicht wirklich um eine Binärdatei zum Update von Flash handelt. Mit Jamf kann der Benutzer Richtlinien über sicheres Internetverhalten erhalten, das Gerät wird isoliert, um jegliche Auswirkungen des bösartigen Angriffs zu begrenzen und das Gerät kann per Fernzugriff wieder abgesichert werden. Natürlich sollten Sie bei jeder Identifizierung eines Angriffs eine gründliche Untersuchung durchführen. Sie werden wissen wollen, welche Prozesse Teil dieses Angriffs waren, welche anderen Anwendungen möglicherweise ausgeführt wurden, welche Systemkonfigurationen geändert wurden und so weiter. Jamf bietet umfassende Datenerfassungsfunktionen und identifiziert den genauen Ablauf des Angriffs. Mit Hilfe dieser Informationen können Sie mit Jamf das Gerät von Risiken befreien und garantieren, dass Endbenutzer so schnell wie möglich wieder produktiv arbeiten können.